Ich bin Christian, ich bin 24 Jahre alt und ich wohne in Berlin, studiere Soziale Arbeit und komme eigentlich aus Osnabrück und bin heute zu Besuch in Bielefeld. Ja, mein Bart trage ich schon seit drei, vier Jahren, meine ich. Das fing an, ich glaube 2016, 2017. Je älter ich werde, desto weniger habe ich auch Haare auf dem Kopf, aber mehr halt an anderen Stellen, auch unter anderem halt in meinem Gesicht und mittlerweile gefällt es mir schon ganz gut, die Haare kürzer zu haben und dafür längere Barthabe zu haben. So einmal in der Woche kann man schon sagen, dass am Bart ein bisschen was gemacht wird und die Haare selber so sind vielleicht mal einmal im Monat dran oder alle zwei Monate. Die Geschichte dazu ist eigentlich, dass meine Ex-Freundin das so toll fand und eine andere Freundin dann mir erzählt hat, dass meine Ex-Freundin das so toll findet, wenn ich einen Bart habe oder einen Bart ansetze und dann dachte ich, ja komm, dann lässt sie mal einen Bart wachsen. Aber als ich den dann wirklich hatte, gefiel es mir selber eigentlich auch ganz gut und seitdem ist er, ja meine ich nur noch einmal, kam er einmal runter und dann war ich aber auch selber schwer schockiert, wie es aussah. Also ich habe mir ab und zu auch mal versucht, den lang wachsen zu lassen, aber also mir gefällt es nicht so und ja generell finde ich das Bart tragen auch, klar, das drückt schon irgendwas aus, weil gerade wenn man vielleicht auch solidarischer denkt und ein bisschen Blick in die Geschichte wirft, dann gibt es ja schon Persönlichkeiten, die hatten auch alle einen Bart und das spielt dann auch eine Rolle mit, dass man sich vielleicht ein bisschen da abgrenzen will und mit seinem Bart dann noch was ausdrücken möchte, eine gewisse Lebenseinstellung. Klar, ich glaube man wird schon, so kam es mir mal vor, ein bisschen anders wahrgenommen. Jetzt, wenn man älter wird, dann spielt es nicht mehr so die große Rolle. Früher, wo man dann vielleicht der Erste war mit Bartwuchs, dann war es natürlich schon ja unter den Freunden ein bisschen was Besonderes. Also Männlichkeit bedeutet für mich der Bart nicht. Also ich finde, das drückt sich durch andere Tugenden aus, wie dass man ehrlich und aufrichtig ist und ja sich auch ausdrücken kann, seine Gefühle beschreiben kann. Das ist für mich eher Männlichkeit als nur, dass man jetzt Bart trägt oder breite Schultern hat. Auch für das Umfeld, für die Freunde ist es dann auch ja immer erst mal seltsam, wenn man dann auf einmal dann doch wieder auf die Idee kommt, sich zu rasieren und dann erst mal ohne Bart rumzulaufen. Das gehört zu einem jetzt mittlerweile dazu und dass der noch mal jemals in naher Zukunft runterkommt, das ist ja eher unwahrscheinlich.